Herzlich Willkommen! Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin Astrologin, ich beherrsche die Kunst des Gartenlegens und ich bin Medium. Ich biete auch Beratungen an. Diese Beratungsvideos sind selbstverständlich anonym. Diese Aufnahme ist auch ein Beratungsvideo, eine Horoskopanalyse. Aber ich biete auch Legungen an. Ich habe nämlich hier bei YouTube fünf Kanäle. Einmal die Astrologie und es läuft unter Dendera Susanna Medici. Dann habe ich die venezianische Liebesorakel. Da sind Liebeslegungen und auch Beratungsvideo über Beruf, Finanzen, karmische Legungen und selbstverständlich über Liebe, Partnerschaft. Dann habe ich die orientalische Liebesorakel. Da gibt es auch Liebeslegungen, aber auch Kaffeesatzlesen und Traumdeutung. Jetzt kommen die Blumen und Düfte dazu. Dann habe ich die Meisterin des Gartenlegens und dort können sie die Kunst des Gartenlegens erlernen. Dort gibt es auch Legungen und Liebesorakel. Und dann habe ich noch Kabbalah Engelorakel. Leider komme ich nicht zeitlich dazu, dass immer die Legungen, die Kabbalah Legungen, wie sich das alle paar Tagen ändert sich die Engelenergie. Aber vielleicht klappt es auch. Auf jeden Fall täglich vermittle ich die Engel des Tages und beschreibe ich die Tagesenergie. Und das läuft im Kanal Kabbalah Engelorakel. Diese Aufnahme ist diese Geburtstagshoroskop-Analyse, diese Beratungsvideos. Und wie ich schon sagte, das ist anonym. Das heißt, ich veröffentliche das mit anderen Vornamen. Selbstverständlich gibt immer wieder jemand, wo selber beschreibt, welche Vorname haben möchte. Aber in meisten Fällen denke ich etwas aus. Das habe ich jetzt verändert. Und ich befrage mit meiner Medialität, ich könnte sagen, die geistigen Wert, welche Vorname soll ich vermitteln. Das heißt, die Wahl treffe ich nicht, sondern in Zukunft werde ich befragen durch meine mediale Fähigkeit, welche Vorname eignet sich für diese Person und das werde ich in Zukunft in allen Beratungsvideos so auch vermitteln. Auch heute, in der heutigen Aufnahme, heißt meine Klientin Mariella und dieser Vorname kam nicht von mir, sondern das habe ich durch diese mediale Botschaft erhalten. Liebe Mariella, das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für deine Treue. Wir haben einige Blitzberatungen auch hinter uns und du wünschst dir jetzt diese Geburtshoroskop-Analyse. Also ich bedanke mich erst mal für deine Treue, dann auch dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Und wenn wir schon bei Auftrag sind, darf ich auch veröffentlichen die Honorar, was kostet so eine Geburtshoroskop-Analyse. Mein Honorar beträgt 250 Euro, aber es besteht die Möglichkeit auch, diesen Betrag im Raten zu bezahlen. Und jetzt fangen wir an. Liebe Mariella, du hast vieles geschrieben, aber wir kennen uns schon einige Zeit schon. Ich kenne vieles über dein Leben und ich kann sagen, es ist kein Zuckerschlechen, was du erlebt hast. Und es ist nicht einfach, deine Lebenssituation. Also in Partnerschaft ist eher ein Hin und Her. Mehr oder weniger könnte ich sagen, bist alleine mit deinen Hunden. Und die Stadt, ich möchte nicht nennen, in welcher Stadt du lebst, soll das anonym bleiben. Aber diese Stadt, wo du lebst, du schreibst, das verschluckt dich, das bedrückt dich. Du möchtest dich umziehen, du kannst es kaum ertragen. Auch die Umgebung ist nicht angenehm für dich, aber es fehlt die finanziellen Mittel dazu. Und da hast du Beschränkungen. Vieles, dein Studium und vieles hast du selbst finanziert. Und natürlich, diese Schulden trägst du immer noch. Und jetzt ein Umzug kommt gar nicht in die Frage. Und Finanzen habe ich erwähnt. Also das große Thema ist die Finanzen, die finanziellen Schwierigkeiten. Immer welche Rechnungen oder Reparaturen und Ausgaben und das ganze Studium, die ganze Finanzierung. Wie du auch geschrieben hast, es zieht sich wie rote Faden und du möchtest deine Finanzen verbessern. Und dein zweiter Wunsch ist ein Umzug in anderen Umgebung. Also ich werde die gesamte Horoskop analysieren. Aber wir gehen näher im Thema Finanzen ein und die wohnliche Situation. Dann hast du mir geschrieben, dass in einer Legung, was in venezianisches Liebesorakel läuft, der Weg zum Reichtum, das sind Legungen für Finanzen, wo ich dort auch erwähnt habe, dass die Gefühle beeinflussen. Auch das Geldfluss und Schuldgefühl erzeugt auch Schulden. Viele denken gar nicht in diese Richtung. Und dadurch hast du mir beschrieben, dass deine Kindheit sehr traurig war, dass dein Vater Alkoholiker war. Und du als Kind wurde dir fast, kann man sagen, beigebracht. Du bist schuld bei der ganzen Situation und du trägst dieses Schuldgefühl. Und nach diesem Aufnahmen kamst du zu den Gedanken, vielleicht das kann auch ein Grund sein, dass diese finanzielle Lage geritten ist. Und es zieht sich wirklich wie ein roter Faden bei dir. Aber schauen wir mal astrologisch an. Du bist in Tierkreis zeichnen Schütze geboren. Dein Mond ist in Tierkreis zeichnen Jungfrau und hast Aszendentwaage. Ich beginne mit dein Aszendent. In diesem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreis zeichnen Waage in Osthorizont aufgestiegen. Das war die erste Energiefeld, was dich begrüßt hat im Erdenleben. Es ist zwar nicht dein Persönlichkeit, dein innerer Kern oder deinen Gefühlen, aber doch gehört zu dein Persönlichkeit ein Teil von dein Persönlichkeit. Es ist nicht dein Inneren, aber so wirkst nach außen. Ich könnte sagen, dass diese Tierkreis zeichnen umhüllt dich. In diesem Moment, wo du geboren bist, hast du diese Tierkreis zeichnen wie ein Kostüm bekommen und du trägst dieses Kostüm. Das ist natürlich beeinflusst dein Aussehen, wie andere Menschen dich wahrnehmen, dein Auftreten. Das heißt, der erste Eindruck, so nehmen sie dich, die Menschen, wahr. Und das ist Waage. Natürlich ist ein Waage-Mensch, und das gehört auch ein Teil zu deiner Persönlichkeit, ist sehr angenehm, harmoniebedürftig. Achtet auf dem Äußeren, auf dem schönes Aussehen. Also für dich ist es immer sehr wichtig, einen gepflegten Aussehen. Du hast auch einen guten Geschmack. Und natürlich so bist du auch wahrgenommen weiblich, hübsch, angenehm. Und das macht dich bei den Menschen beliebt. Die Waage zweifelt manchmal bei Entscheidungen. Oder ein Waage neigt dazu, alle recht und gut zu machen. Er möchte mich sich vielleicht unbewusst, aber möchte sich beliebt zu machen. Du bist zwar nicht in Tierkreis-Zeichnen Waage geboren, sondern du bist in Tierkreis-Zeichnen Schütze geboren. Aber durch diese Waage-Eigenschaften prägt dich auch vielleicht nicht immer, aber du möchtest andere gerne beeindrucken. Gerade bei ersten Begegnungen sorgst du dafür, das harmonisch verläuft, dich beliebt zu machen. Und das gelingt auch, weil du strahlst das aus und so bist du wahrgenommen. Bei Entscheidungen ist nicht immer einfach, aber dann kommen die Schütze-Eigenschaften dazu. Deine Jungfrau wohnt, also das hilft dabei, die Entscheidungen zu treffen. Wobei das ist auch nicht immer einfach, aber das werde ich gleich erklären, warum. Ich bin sicher, dass in diesem Moment, wo wir geboren sind, dieser Augenblick, der erste Atemzug, dass wir einen Spiegel sehen. Und in diesem Spiegel erscheint unser Seelenpartner oder unsere Seelenpartnerin. Astrologisch wird das als Descendent bezeichnen. Das Spiegelblick, das spiegelt etwas. Und dieser Spiegelblick ist bei dir die Tierkreis-Zeichnen wieder. Das bedeutet nicht, dass der Mann, der zu dir passt, in Tierkreis-Zeichnen wiedergeboren sollte, sondern die Umstände. Mit welcher Energie öffnet sich die Bereich, die Lebensbereich, liebe Partnerschaft. Und das prägt die Wiedereigenschaften. Das heißt, du bist offen für eine neue Beziehung. Vielleicht verliebst du dich auch schnell. Und der Mann soll männlich sein, Kraft zu zeigen. In diesem Bereich, wo gerade die Tor öffnet sich zu deiner Partnerschaft, ich könnte sagen, dein Spiegelblick, befindet sich die Lilith-Energie. Diese Lilith hat eine ganz einzigartige Bedeutung. Diese Lilith ist kein Himmelskörper, sondern ein Schnittpunkt im Himmel in Mondumlaufbahn. Das ist die weiteste Punkt im Mondumlaufbahn, was die Mond überhaupt erreichen kann. Und dann dreht sich um und nähert sich wieder zu Erde. Mond beeinflusst unseren Gefühlen. Und genau wenn Mond in diesem Lilith-Energie-Feld ist, ist weit von uns entfernt. Aber hat einen Einfluss auf unsere Gefühlen. Und dieser Energiefeld vermittelt uns unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche, unseren Träumen, unseren Visionen. Aber wir neigen immer wieder zu davonlaufen. Vielleicht nicht jeden Tag. Aber genau diese Tage, wo wir zweifeln oder das zu unwahrscheinlich erscheint in unserem Leben, diese Sehnsucht, dieser Traum, genau diesen Tagen vermittele ich bei Schicksalstagen. Ich achte immer darauf, welchen Tag das ist, wo wir dieses Energiefeld spüren. Weil das sind die entscheidenden Tagen. Also es gibt Tagen, wo uns ganz nah ist, wo wir daran glauben. Dann gibt es auch Tagen, wo das so hoffnungslos erscheint. Und dann gibt es Tagen, wo wir anfangen dann zum Zweifeln. Also das kannst du auch mal anschauen. Im Tageshoroskopen, das sind die sogenannten Schicksalstage. So nenne ich das auch, weil diese Entscheidungen beeinflusst unserem Schicksal. Also das heißt, dieser Lichtenergiefeld, das ist dein Spiegelblick, dein Seelenpartner und auch der Tor gleichzeitig, auch der Tor zu der Partnerschaft. Das bedeutet, du hast eine ganz tiefe Sehnsucht nach Liebe und Partnerschaft. Es gibt Tagen, wo du daran glaubst. Dann gibt es Tagen, wo das für dich hoffnungslos erscheint. Und dann gibt es Tage, wo du anfängst zum Zweifeln. Und das sind die Schicksalstage. Du kannst das verfolgen, diese Aufnahmen, dann spürst du das auch, welchen Tagen diese Gefühle du bekommst. Fakt ist, die Sehnsucht ist da und ab und zu diese Zweifel oder diese Hoffnungslosigkeit. Wichtig ist, dass wir diesen Gefühlen überwinden und anfangen daran zum Glauben. Natürlich soll das realistisch sein, aber wenn das wirklich realistisch ist, wie bei dir die Wunsch nach Liebe, Partnerschaft, das ist doch ein realistischer Wunsch, dann glaube daran. Deine Aufgabe ist daran glauben und das auch vertrauen, dann öffnet sich dieses Tor. Dann gehen wir weiter. Dein Aszendent beginnt, oder besser gesagt, dein Leben beginnt. Dein Leben beginnt mit Waage. Weil in dem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, die Tierkreis zeichnen Waage, ist in Osthorizont aufgestiegen und damit hat dein Leben begonnen. Aber wir bleiben nicht stehen, das Leben bleibt auch nicht stehen, sondern das ist eine ständige Bewegung. Und wir machen Lebensschritte. Und diese Veränderungen, diese Lebensschritte unterordnen wir auf Perioden. Und das sind die sieben Jahren Perioden. Wir haben zwölf Tierkreis zeichnen. Sieben Jahre Periode. Zwölf mal sieben ergibt die Zahl 84. Und das entspricht genau und das entspricht genau einem Uranus-Umlauf. Uranus braucht genau 84 Jahre, einmal durch den zwölf Tierkreis zeichnen zu bewegen und symbolisiert auch ein durchschnittliches Lebensalter. Also das hat auch mit Uranus-Bewegung auch etwas zu tun. Also wir haben diese sieben Jahren Perioden und du befindest dich gerade in Tierkreis zeichnen Fischen Perioden. Ich könnte so beschreiben, das ist gerade die Boden, wo du dich bewegst. Und das wirkt auch auf dein Leben, weil das sind die Themen, das sind die Themen, was dich beschäftigt zurzeit. Und das heißt, etwa noch drei Jahre lang bist du in dieser Phase noch drin. Und dann geht es vorbei und dann beginnt die neue Phase, die Tierkreis zeichnen wieder, was auch Neuanfang symbolisiert. Viele Umbrüche, viele Veränderungen, viel Neuanfang. Aber momentan wirkt die Energiefeld, das sind dein Boden, wo du dich gerade, dich bewegst, die Tierkreis zeichnen Fischen. Und du lernst etwas. In diesen sieben Jahren lernst etwas. Ein Teil ist schon vorbei, aber etwa drei Jahre lang bist du noch in dieser Periode. Und dazu erkläre ich etwas über die Tierkreis zeichnen Fischen, weil das hat auch etwas mit Finanzen zu tun. Und mit diesem Energiefischen, wo du in dieser Periode drin bist, natürlich kannst du deine Finanzen im Fluss zu bringen. In diesem Tierkreis zeichnen Fischen sind zwei Fischen. Astronomisch heißt es die südlichen Fisch und die nördlichen Fisch. Die beiden sind miteinander verbunden wie ein Nabelschnur, verbindet sich Alp, Perk, die beiden Fischen miteinander. Aber sie schwimmen in verschiedenen Richtungen. Ich könnte sagen, die eine schwimmt nach links, der andere schwimmt nach rechts. Und wie? Wir entscheiden uns. Welche Richtung geht die Bewegung? Du kannst dich entscheiden in eine Richtung und ich beschreibe diese Richtung und damit hast du einen Vorteil. Stell dir vor, dein Gefühlszustand. Unser Körper besteht Großteil aus Wasser. Unsere Gefühle sind zugeordnet zum Wasserelement. Also die Gefühle gehören zum Wasserelement. Und die Tierkreis zeichnen Fischen sind auch Wasserelement. Dann stell dir vor, dein Innenleben, dein seelischer Zustand, dein Gefühlszustand wie ein Ozean. Und hier in diesem Bereich herrscht Poseidon, das Gott des Meeres. Weil Poseidon herrscht über die Tierkreis zeichnen Fischen. Natürlich Jupiter auch. Das ist der alte Herrscher. Und mit Jupiter hast du auch einen Bezug als Schütze Geborenen, weil über die Tierkreis zeichnen Schütze herrscht auch Jupiter. Aber zurück zu Tierkreis zeichnen Fischen. Sie haben zwei Herrscher. Einmal Jupiter, und das ist das Tiefe des Ozeans, und einmal Neptun, das Gott des Meeres Poseidon. Also hast du diese Vorstellung. Deine Gefühle ist wie ein großer Ozean. Und stell dir vor, du bist ein Fisch. Wir sind jetzt im Tierkreis zeichnen Fischen. Dann stelle ich dir die Frage, kann ein Fisch schwimmen? Die Antwort ist ja. Ein Fisch kann schwimmen. Hat ein Fisch Angst vor Wasser? Nein, ein Fisch hat keine Angst vor Wasser. Zweifelt ein Fisch daran, dass sie nicht mehr schwimmen kann? Nein, ein Fisch zweifelt nicht daran. Wie verhält sich ein Fisch im Wasser in sein Element? Das ist die Zuhause für die Fische, diese Wasser. Besteht ein Grund, dass ein Fisch Angst haben soll, weil nicht schwimmen kann? Nein, es besteht kein Grund dafür, weil das entspricht ihrer Natur. Sie können vielleicht nicht fliegen oder laufen, aber schwimmen können sie. Und wenn die Fischengeborenen das Verstanden haben, dass es besteht überhaupt kein Grund, Angst zu haben oder zweifeln, dann passiert Wunder. Das Wasser trägt. Beeinflusst die Gefühle. Die Ozean ist still. Man kann schwimmen. Das Wasser trägt sich. Die Ozean ist still. Und man genießt diese Bewegung. Und man sieht auch die Ufer, welche Richtung man schwimmen soll. Und hat man diese Vertrauen, alles schwimmt auf sie zu. Und wenn diese Vertrauen da ist und besteht kein Zweifel, besteht keine Angst, dann glaubt ein Fisch daran, dass alles auf sie zuschwimmt. Und genau in diesem Zustand der Gefühle, hier in Tierkreis zeichnet, Fischen ist die Reichtum verborgen. Nicht umsonst, auch die finanzielle Reichtum, man könnte sagen, man schwimmt im Geld. Nicht umsonst, das zeigt die Statistik, sind die berühmtesten Bankiers, Großteil in Tierkreis zeichnen Fischen geboren. Das ist das eine Fisch. Das ist das eine Richtung. Die andere Richtung beschreibe ich auch die Fischen. Wieder die Ozean, die Ozean, die Gefühle und die Fischen schwimmen. Und dann sagt dieser Fisch, das ist die andere Richtung, ich kann doch gar nicht schwimmen. Ist das möglich? Nein, aber sie glauben, dass sie nicht schwimmen können. Dann sagen sie, ich habe Angst vor dem Wasser. Ist es möglich, für einen Fisch Angst zu haben vor dem Wasser? Nein, aber sie denken so. Hoffentlich kommt ein Rettungsboot. Ich habe so Angst hier in diesem Wasser. Und die warten auf die Rettung. Und dann gibt es Menschen, die setzen sich ein und helfen und dann genießen sie auch das noch. Also die betonen das, diese Angst vor dem Wasser, diese Zweifel und hoffen, ja, kommt ein Rettungsboot. Und die glauben sogar, dass die Mannschaft in diesem Boot besser schwimmen kann, als sie als Fisch. Sie müssen nur nachdenken. Das ist ihr Element. Und wenn es dieser Gefühlszustand herrscht, dann kommt Jupiter. Natürlich, das ist die Tiefe, die große Reise in die Tiefe. Aber wenn das mit Angst erfüllt ist, sinken die. Diese Fischen sinken immer mehr nach unten. Und was passiert dann? Noch mehr Angst, noch mehr Angst und Hektik. Und die Wellen werden noch größer und noch größer. Die Ozean ist nicht still, sondern stürmisch. Jetzt frage ich dich, wenn du schon in dieser Phase bist, in dieser Perioden bist, die Tiergleichzeigen in den Fischen. Welche Richtung möchtest du gerade schwimmen? Die Entscheidung liegt in deinen Händen. Also kannst das lernen. Dann gehen wir weiter. Dein Mond befindet sich in Tierkreis, zeichnen Jungfrau und es beschreibt deinen Gefühlszustand. Allerdings im Grenzbereich zwischen Tierkreis, zeichnen Löwe und Tierkreis, zeichnen Jungfrau. Das heißt, du bist auch einer von den Doppelgängern, was deinen Gefühlen betrifft. Dir ist die Tierkreis, zeichnen Jungfrau vertraut, aber auch die Löwe vertraut und es beschreibt deinen Gefühlszustand. und dein Sonne befindet sich in Tierkreis, zeichnen Schütze. Du bist paar Stunden vor Halbmond geboren. Kurz vor Halbmond. Ein Halbmond ist zwar schön zum anschauen, aber ein Halbmond ist immer eine volle Spannung. Sonne und Mond, die beiden Lichter, sind in Spannung. Die Spannung entsteht von den Elementen her. Jungfrau gehört zu Erde-Element und Schütze gehört zu Feuer-Element und von dieser Entfernung her vertragen sich die Elemente nicht. Für die Feuerschütze ist es zu viel Erde, zu viel Kontrolle oder zu viel Verstand oder zu viel Überlegung. Die Schütze möchte bewegen, die Jungfrau bremst das. Zu viel Erde, das heißt, die Feuer brennt aus, man fühlt sich ausgebrannt. Du kannst es auch in Natur beobachten. Zünde eine Kerze an, das brennt, das ist Feuerelement und schüttel Erde drauf. Was passiert, ist ausgelöscht. So ausgebrannt fühlt man sich. Umgekehrt ist es genauso. Für die Jungfrau Erde ist es zu viel Feuer. Die Jungfrau geboren empfinden das zu hektisch, können das gar nicht ordnen, zu schnell, zu hektisch. Zu viel Feuer trocknet die Erde aus, so wie in Natur auch. Wenn die Sonne scheint und Hitze ist und regnet, nicht was passiert, die Erde trocknet aus, man fühlt sich wie ausgetrocknet. Und das ist diese ständige Spannung in dein Inneren. Es gibt aber eine Lösung, was die Harmonie herstellt. In diesem Moment, wo du geboren bist, befindet sich die Mond im Jungfrau, Erde Element, Sonne im Schütze, das ist Feuerelement, und unserem Planet Erde bewegte sich in Tierkreis zeichnen, Zwilling war Luftelement. Dann kannst du das verknüpfen, Erde hast du, Feuer hast du, Luft hast du auch. Was fehlt? Es fehlt die Wasserelement. Und das symbolisiert nicht nur die Gefühle, sondern diese Vertrauen, dass alles im Fluss ist, das Fluss des Lebens oder die Reinigungs Prozess oder die Transformation oder die Intuition oder Träume Visionen das sind alle Themen zu Wasserelement. Wenn du da in diese Richtung konzentrierst, dann verlierst diese innere Spannung und kommst zum Harmonie, kommst zu Gleichgewicht, weil mit Wasserelement hast es ausgeglichen und so steht Harmonie da. Zu Wasserelement gehört die Tierkreis einen Skorpion, die Tierkreis einen Krebs und die Tierkreis einen Fischen und die Fischen habe ich beschrieben und genau das ist die Bereich, wo du dich bewegst. Die Fischen hilft dir da die inneren Harmonie zu finden. Jetzt schauen wir das weiter. Also das ist mal die inneren Harmonie, aber noch zurück zum Mond, weil dein Mond ist im Grenzbereich. Das heißt du kennst dich nicht nur mit Jungfrau aus, das ist das Denkende, manchmal vielleicht kritisch oder etwas zurückhaltend, teilweise auch schüchtern, nüchtern, zernüchtern, bodenständig. Das sind die Jungfraueigenschaften und das entspricht deinen Gefühlen. Aber das passt nicht zu Schützen, weil die Schütze ist beweglich und hat viele Ziele und orientiert sich immer neu und wagt auch mal etwas Neues. Ein Schütze überlegt nicht so lange, analysiert das nicht, sondern spontan. Ein Schütze ist spontan. Jungfrau ist nicht spontan. Der überlegt das ganz genau, was sie mag. Natürlich in vielen Situationen hilft dir sehr die Jungfrau ganz klar, weil das kann auch bedeuten, dass die Schütze manchmal ist gut, wenn man bremst. Schütze neigt manchmal zum Übertreibung und es kommt vom Planet Jupiter. Jupiter dehnt sich auch, das ist die riesige planet, die größte Planet in unserem Sonnensystem und diese Ausdehnung natürlich die Schütze neigt dazu diese Größenordnung zu denken oder sich mal ausdehnen und da hilft die Jungfrau das mal die Bremse also das zu bremsen. Aber nicht immer im Einklang. Es ist nicht immer im Einklang, weil es steht trotzdem eine inneren Spannung und die beiden Sonne und Mond natürlich kommt von Vater und Mutter. das ist das Sinnbild vom Vater und Mutter. Sonne symbolisiert der Vater, Mond symbolisiert die Mutter. Das ist die Spannung des Kindes, was auch beschrieben hat. Was dir hilft, wenn du mehr zurück gehst in Tierkreis Zeichnen Löwe, wenn du dein Selbst lebst. Die Tierkreis Zeichnen Löwe symbolisiert das Selbst. Über die Tierkreis Zeichnen Löwe herrscht die Sonne und es ist unserem Selbst und Sonne ist nicht nur unserem Selbst, sondern astromedizinisch ist zu Herz zugeordnet. Ein Zugang zu unserem Herz, das wird es spüren, die Herzenswärme oder die Herzensangelegenheit das Selbst zu leben, immer daran achten, was ist in unserem Herzen geschrieben, was sind unsere Wünsche, unserem Herzensangelegenheit dafür zum offen zu sein. Und eine Löwe steht gerne im Mittelpunkt und das entspricht ihren Natur. Sie dürfen das gerne erlauben, weil das ist nicht künstlich, das ist nicht verspielt, sondern so sind die eben und die sind auch wahrgenommen und das hilft dir im Leben, weil du kennst dich aus auch mit Löwen. Entspricht dein Gefühl, weil zu dir gehört zwei Tierkreis sein. Jungfrau und Löwe. Wenn du immer diese nüchtern zurückhaltende Jungfrau bist, wo alles kritisch betrachtet, dann stehst ständig in einer Spannung, weil die Schütze will das nicht. Aber wenn du dein Selbst lebst und dein Herz wahrnimmst, dein Herzensangelegenheiten wahrnimmst und dich mal im Glanz bringst mit dein Selbstbewusstsein. Löwe ist selbstbewusst und so stehst im Leben. Das ist ein königliches Tierkreis Zeichnen, wo du sagst, was auch dein Gefühl entspricht. Ich bin jetzt die Königin in meinem Leben. Und wenn diese Glanz lebst, dann kommst zum inneren Harmonie, weil das harmonisiert sehr gut zum Schütze. Und gehen wir weiter im Bereich Finanzen. In Astrologie gibt es ein Lebensbereich, was die Finanzen betrifft. Und gegenüber ist auch ein geheimnisvoller Bereich, was teilweise auch ein Hinweis ist auf die Finanzen, aber das spreche ich auch gleich an. Aber erst mal schauen wir an die Finanzen. In diesem Lebensbereich, was astrologisch die zweite Haus bedeutet, die Finanzen ist nicht nur das Geld, sondern auch Werte. Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Es ist sehr wichtig, dass wir auch auch mit unseren eigenen Gefühlen bewusst sind, weil unsere Gefühlen beeinflussen nicht nur die Liebesangelegenheiten, sondern unseren Gefühlen beeinflusst auch die Finanzen, die Werte, die eigenen Selbstwertgefühl. Erstmal das würde ich stärken. Es gibt Menschen, die denken, ich bin das gar nicht wert, ich habe das doch gar nicht verdient. Diese Menschen blockieren den Geld Fluss, weil das Geld sagt dann, naja gut, wenn du das nicht verdient hast, dann kriegt jemand anderes. Wenn du das nicht wert bist, dann kriegt jemand anderes, wo dieses Selbstwertgefühl hat. Natürlich das Geld spricht nicht, aber das ist die Energie des Geldes. Also ändere diese Sätze oder deine Einstellung und ab sofort sag, ich bin es wert. Ich habe das verdient. Ändert sich automatisch dein Wertschätzung und verlange auch von anderen diese Wertschätzung. Das heißt, du musst nicht vor anderen niederbeugen, nur weil das alles harmonisch und liebevoll gestalten möchtest, wo ein vage Ascendant dazu neigt, weil dann hast du dich unterordnet, sondern steh zu deinen Werten und die Menschen, die dir gegenüber die Wertschätzung geben, haben deine Freundschaft verdient oder dich als Partnerin verdient und die, die das dir nicht geben, haben nichts zum Suchen in dein Leben. Versuch diese Einstellung ein bisschen aneignen. Dann die Schuldgefühl, was du auch erwähnt hast in deinem E-Mail. Viele Menschen denken gar nichts daran, wie wichtig das ist, ohne Schuldgefühl zum Leben, weil dieses Schuldgefühl erzeugt Schulden, steht auch im Namen geschrieben. Leben. Also wie eine ich bestelle die Schuld Scheine mit meinen Gefühlen. Also loslassen dieses Schuldgefühl. Du hast keine Schuld. Auch mit deinem Leben keine Schuld. Wir fangen sauber an und wir haben keinen strafenden Gott, sondern wir haben die Möglichkeit immer alles verbessern. Wenn nicht diesem Leben, dann im nächstes Leben. Warum sollten wir Schuld haben? Du hast keine Schuld, also brauchst auch kein Schuldgefühl haben. Dir wurde das beigebracht. Du bist daran schuld oder dein Vater war Alkoholiker und das Schuldgefühl des Kindes und es gibt ein Planet und das heißt Neptun und dieser Planet ist wunderbar weil das ist die Inspiration und Intuition des Gottesmeeres Poseidon die Träume die Visionen also das sind viele wahre Schätze hier verborgen aber dieses Gott des Meeres diese unergründliche geheimnisvolle erzeugt natürlich bei vielen Menschen dieser Zustand ein bisschen benebelt zu seiner Fantasie und wenn man betrunken ist oder Drogen nimmt ich weiß nicht wie sich das anfühlt ich habe noch nie ausprobiert noch nie die Bedürfnisse dazu gehabt aber ich könnte schon vorstellen dass man in einer anderen Welt ist und verliert die Realität also dann ist man diese Traumwelt ein bisschen und aus diesem Grund wird dieser Planet Neptun auch zu Themen wie Alkohol und Drogen zugeordnet und weil das so offen geschrieben als Alkohol Problem der Vater habe ich sofort geschaut wie steht Neptun zu die Sonne und ich war so überrascht überhaupt nichts Neptun hat keinen Einfluss auf deine Sonne dann frage ich mich war er überhaupt Alkoholiker du bist nicht bei deinem Vater gelebt es wurde dir erzählt die Neptun Verbindung steht zu deiner Mutter und Neptun bedeutet auch Täuschungen Enttäuschungen also mir kommt es vor astrologisch also von dem Horoskop her dass deine Mama etwas erzählt heißt dass das nicht immer die Wahrheit entsprechend war vielleicht aus dem Grund dass sie wollte dich in ihre Seite ziehen oder dich behalten und hat dein Vater schlecht gemacht vielleicht ist es gut nachdenklich zu sein oder nachforschen oder nachfragen die Täuschung dich zum enttäuschen liegt bei deiner Mutter und nicht bei dein Vater du hast astrologisch eine sehr schöne und innige Verbindung zu deinem Vater also versucht dieses Vater Bild er ist der Alkoholiker und er zahlt keinen Unterhalt und er ist das Böse versucht dieses Bild Vater Bild verabschieden weil ich sehe deinen Vater positiv im Horoskop eine sehr schöne innige Verbindung auch wenn das nicht gelebt wurde tatsächlich diese Figur ist wie getrennt von dir das ist wie zwei Persönlichkeiten in dir eine ist dieses Bild der Vater wo eine sehr harmonische und innige Verbindung und du findest die Zugang nicht dazu und ich würde sagen deine Mama hat da eine Keil getan dass das bisschen getrennt euch beide getrennt hat aber versucht es aufzuarbeiten oder nachzudenken oder wenn dich das belastet einfach um dein Leben kümmern und vergessen wie das war auch wenn die Gefühle hoch kommen zur Zeit aber ich muss das so sagen wie ich das sehe ich sehe ein schöner Vater Bild hier zwar nicht eine direkte Verbindung also du hast einen schönen Bezug zu deinem Vater aber er ist wie so Außenseite und deine Mama zieht die Faden in Hand und versucht ihm schlecht zu machen was nicht immer die Wahrheit entspricht weil die Täuschungen kommt diese Neptun Energie kommt von deiner Mama und dass man bei dieser Verbindung sagt die Sonne verbrannt Merkur du hast ein verbranntes Merkur hier der Grund ist die Sonne und Merkur ganz nah stehen beide im Schütze fast im gleichen Gradzahl also exakt sogar könnte ich sagen die gleiche Gradzahl und es ist so eng miteinander verbunden dass die Sonnenkraft die Sonnenenergie dieser Sonnenstrahl ist so stark so stark bestrahlt diese Merkur Energie dass Merkur unsichtbar ist das blendet ein bisschen diese Merkur Kraft und Merkur kommt nicht ins Licht weil die Sonne verdeckt es so kannst du das vorstellen vielleicht bildhaft kann ich so sagen wenn du die Sonnen siehst und Merkur wäre irgendwo hinter der Sonne so dass Merkur du gar nicht siehst obwohl es da ist aber Sonne verdeckt komplett also man nennt das verbrannt die Merkur natürlich hat das eine sehr hat auch Vorteile sehr große Vorteile auch dass du klar und deutlich erkennst etwas oder die hellsichtige Fähigkeit oder du siehst das klarer und deutlicher oder kannst du dich klarer und deutlicher formulieren aber du hast nicht immer die Zugang zu dieser Merkur Energie weil das eben verdeckt ist und du sollst es von dieser hinter dem sonne stehende Merkur mal vorholen das sichtbar machen und handelt sich hier um Gespräche weil Merkur ist der Planet für die Kommunikation die Gespräche das ist so wie du geschrieben hast von deiner Stadt diese Stadt verschluckt mich genau so kann ich sagen die sonne verschluckt Merkur das heißt du verschluckst die worten und das hat auch mit dein Vater zu tun und erinnere auf diesem Gespräch was du mir geschrieben hast wo du dann gesagt hast tschüss Papa er hat die Worte verschluckt und es prägt auf dich auch das heißt dass du vieles offen sagen kannst hier kommt bei Sonnenenergie das Licht die Wahrheit die Klarheit dass du die Wahrheit sprichst du kannst klar und deutlich formulieren du bringst etwas ins Licht du klärst etwas das ist die Sonne Merkur Verbindung dann kommen die Jungfraueigenschaften dazu wo dein Mond ist dass du einen klaren Verstand hast und es gibt manchmal Situationen wo du die Worte verschluckst so wie dein Papa bei diesem Telefongespräch auch die Worte verschluckt hat und dann achte drauf oder sollst du damit bewusst sein ah ja jetzt weiß ich jetzt verstehe ich mein Merkur steht hinter dem Sonne versteckt sich hinter dem Sonne und es wirkt auf meine Sprache ich verschluck gerade die Worte ich könnte das vielleicht auch so erklären stell dir vor du bist ein kleines Kind und dein Papa steht neben dir groß und stark und du solltest dich vorne stellen und ein Gedicht erzählen und das in die ganze Verwandtschaft und du bist in dem Moment schüchtern und was machst du dann versteckst du dich hinter dein Papa und verschluckst dem Wort sagst gar nichts und hoffst dass die Papa rettet die Situation und so kannst du das verstehen in dein Leben dass es manchmal Situationen gibt wo du davon stehen solltest deine Meinung sagen und sonst bist du immer offen aber es gibt so Momente wo du das Gefühl hast ich möchte am liebsten hinter meinen Papa verstecken und gar nichts sagen und wie reagierst du tatsächlich wie dein Papa du verschluckst die Worte das ist diese Merkur Position aber jetzt wirklich fangen wir an die Finanzen weil das ist sehr wichtig die Finanzen dieser Bereich dieser Finanzbereich hat auch ein geheimen Tor mit diesem Tor öffnet sich die Finanzen solange bis dieser Tor zu ist dann ist zu die Finanzen und dieser Tor wird bestrahlt von einem Sternbild und achte mal auf diesem Sternbild weil das zeigt wie kannst du die Tor zu deinen Finanzen öffnen über Gefühlen habe ich gesprochen die Fischen Boden hilft dir in die richtige Richtung schwimmen dann auch Gefühle wie Schuldgefühl sofort verabschieden und die Selbstwertgefühl stärken dann hast du den Gefühlszustand die Finanzen in Fluss zu bringen aber wie öffnest du diesem Tor wird bestrahlt von Kreuz des Südens diesem Kreuz des Südens ist wirklich ein Kreuz aber im Nordhalbkugel also von Deutschland aus ist es nicht sichtbar vielleicht von Australien da ist auch in die Fahne drin dieser Kreuz des Südens natürlich im Südhalbkugel ist dieses Sternbild sichtbar die Wichtigkeit ist diesem Sternbild dass hier das Kreuz des Südens befindet sich die Südpol und Südpol dient zum Orientieren das heißt orientiere dich Richtung Süden gerade wo du sagst du möchtest umziehen also das wäre die Richtung dein Richtung und es öffnet sich die Möglichkeiten dass du Wertschätzung bekommst die Möglichkeiten dass du zum guten Finanzen kommst und in diesem Tor wird vom Kreuz des Süden bestrahlt und in diesem Bereich befindet sich ein Planet in dein Horoskop und dieser Planet heißt Pluto hilft dir dabei die finanziellen Tor zum öffnen Pluto heißt alles oder nichts da gibt's kein vielleicht das kennt Pluto nicht Pluto ist der Gott der Unterwelt das heißt nicht dass mit Tod etwas zu tun hat sondern das ist das Kreislauf des Lebens wenn etwas absterbt dann wird etwas Neues entstehen etwas Neues geboren und diese Kraft das ist Kraft Plutos das Leben erhalten und das ist diese regenerierende Kraft und Pluto zeigt dir du wirst dein Finanzen regenerieren das heißt es kommt in Bewegung es ist die Kreislauf Pluto bringt das im Kreislauf und wenn wir schon bei Kreislauf sind und bei Finanzen sind ich beschäftige mich einigen Jahren schon mit Energie des Geldes und viele Menschen denken sie sparen und sparen und sparen und leben auch sparsam und damit haben sie die Reichtum damit haben sie die Geld aber das ist nicht das Energie des Geldes somit wird die Geld eingefroren unbeweglich das Energie des Geldes besteht genau in diesem Kreislauf du musst das Geld im Kreislauf zu bringen wie macht man das als erstes wenn du eine Rechnung bekommst ärgere dich nicht darüber die meisten Menschen ärgert das sondern zeig also betrachte das mal nüchtern betrachte das nüchtern das ist kein Glücksfall natürlich nicht aber betrachte das nüchtern und soll ein Gefühl entstehen oder ein Gedanke diese Dankbarkeit oder dieses gutes Gefühl dabei dass du diese Rechnung zahlen kannst also nicht die Schicksalsschlag dabei sehen sondern ein gutes Gefühl entwickeln dass du zu froh bist oder glücklich bist oder stolz bist diese Rechnung zum zahlen und dann nicht lange aufheben sonst musst du immer im Hinterkopf immer daran denken sondern möglichst schnell erledigen dann ist es aus dem Tisch und dann spielt keine Rolle mehr dann ist es erledigt und bei Einkaufen Geld ausgeben es ist nicht nur die Einnahme 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 und Gewinn sondern es ist auch Ausgabe damit auch bewusst zu sein wie gehst du mit Geld um wie bringst du das im Kreislauf wenn du das Geld im Fenster raus werfst und kaufst Dinge was du gar nicht willst nur weil das im Angebot ist oder weil du traurig bist und beschenkst dich mit etwas was du dann später bereust weil gar nicht gefällt wie auch immer diese unnötige Geld Ausgabe natürlich macht dich nicht glücklich macht dich nicht glücklich diese Geld ist wirklich verlorenes Geld aber wenn du bewusst einkaufst weil du etwas siehst und dann geht dein Herz auf und sagen das ist meins ob das jetzt ein Buch ist oder eine schöne Schuhe oder Handtasche oder Pullover spielt keine Rolle aber wenn du dieses Gefühl hast das ist doch meins und das schenkt dir Lebensqualität wenn das schenkt dir Lebensfreude dann gehört es dir dann dieses Geld geht nicht verloren auch kein Schuldgefühl habe dass du das gekauft hast sondern dann sagst ich bin es wert das ist meins das macht mein Leben schön aber Konsum hier mal dort etwas zu kaufen das hat keinen Sinn dieses Geld geht wirklich verloren also achte auf dein Herz wo bist du mit Begeisterung dabei und sag das gehört zu mir das ist doch meins davon habe ich immer geträumt dann kauf das und bleib im Vertrauen das Geld kommt wieder zurück das geht nicht verloren und so bringst das Geld im Fluss so bringst das Geld im Kreislauf das Geld muss immer bewegen und auch fühlen das ist auch sehr wichtig dass die Einnahme Ausgabe nicht nur im Computer passiert im Zahlen weil wir verlieren dadurch die Energie des Geldes wir haben gar kein Gefühl mehr zum Geld das ist dann bleibt so unpersönlich sondern wir sollen das auch fühlen das Geld zählen immer zählen zählen und darüber auch freuen dass man das dehnt sich und wächst und vermehrt sich dass das mehr wird und wenn wir Ausgabe haben nicht die Verlust dabei spüren sondern immer die Gedanken das mache ich gerne das kommt sowieso zurück und so kommt das im Kreislauf und genau das entspricht auch dieser Pluto Eigenschaft des Kreislauf des Leben Pluto hält das Leben erhalten das sind die Jahreszeiten das ist die Sexual Kraft auch durch die Sexualität bleiben wir die Menschheit im Leben natürlich all das und auch die Schlaf die Schlafzustand die Wachzustand Schlafzustand das ist auch dieser Wechsel all das im Kreislauf des Lebens ich würde sogar Pluto verbinden mit Shiva das ist ein Gottheit in Hinduismus das ist bei dem Hinduismus ist das ein Tanz also nicht so eckig jetzt geht Ende und jetzt beginnt etwas Neues sondern Shiva tanzt und tanzt und tanzt und verkörpert die Feuerelement und versuche das ist das Energie des Geldes bei dir also versucht das zum Tanzen das Geld zum Tanzen und so im Fluss zu bringen dann bekommst du langsam das Gefühl dazu in diesem Finanzhaus in Tierkreis zeichnen Skorpion und es entspricht auch die Skorpioneigenschaften in Pluto herrscht auch über die Tierkreis zeichnen Skorpion Pluto ist und Skorpion auch dieser Kreislauf und auch die Kraft diese inneren Kraft des Transformation und Transformation natürlich gehört auch zum Skorpioneigenschaften also das heißt du kannst das transformieren und du kannst das sehr gut weil dein absteigender Mondknoten liegt hier bei Skorpion was ist dieser absteigende Mondknoten das ist die alte Karma das heißt im früheren Leben vielleicht ein Leben vielleicht mehreren Leben das gesamte das gesamte Erfahrungen was du gesammelt hast gehört zu Tierkreis zeichnen Skorpion das ist so deins da hast du die Erfahrungen gemacht zwar im Finanzbereich du kennst dich mit Finanzen aus weil du hast es immer transformiert die Finanzen das sind alten karmischen Erfahrungen hier verborgen in dein Finanzhaus und warum klappt es diesmal nicht weil dein Selbstwertgefühl nicht stimmt weil du Schuldgefühle hast das kommt das kommt von der Erziehung das kommt von deiner Kindheit und wo liegt die Lernaufgabe genau hier liegt die Lernaufgabe weil hier befindet sich Saturn das heißt du hast das Gefühl dazu und das hast du auch im früheren Leben schon erlebt das was dich prägt Skorpion im Finanzen du weißt wie dieser Kreislauf funktioniert du kannst das Geld transformieren aber etwas ist verloren gegangen und es nimmst wieder im Besitz und es zeigt dir die Stiere nimm das wieder im Besitz warum ist das verloren gegangen im früheren Leben passierte vielleicht etwas dass du das verloren hast vielleicht hast du spekuliert und hast verloren warst du nicht vorsichtig genug oder hat von dir das jemand weggenommen das kann passieren dass dieses Geld was du gut transformiert hast auch vielleicht sogar über Spekulationen das möchte ich nicht hundertprozentig behaupten aber du hast das Gefühl du hast das Gefühl wie man Geld macht du kannst Geld machen weil da bist du Meister du weißt das eben nicht weil das wurde dir nicht gesagt oder die Erziehung dich nicht gestärkt in diese Richtung und weil das etwas ein Teil davon verloren gegangen ist dein karmischen Lernaufgabe besteht daran das zurückzuholen und befestigen und das liegt im Stier weil da ist dein Richtung dein Schicksal dein Schicksal den karmischen Weg lenkt dich in Stier im Finanzbereich das ist auch Finanzbereich aber das ist mehr durch Erbschaft durch Ehepartner durch Spekulationen durch Energie des Geldes aber du wirst das befestigen also du magst dein karmischen Weg und hier löst sich dein Karma aus dein Talent dein Talent dein Begabung liegt im Finanzen und das zeigst du wieder dass du das umsetzt im Tat im Realität und das ist Stier und nimmst es im Besitz auch Stier und befestigst du das ist auch Stier das kann bedeuten handeln mit Immobilien die Stier hat einen Bezug zum Immobilien das könnte eine Richtung sein im Süden dass du mit Immobilien handelst natürlich hat dieses Haus des Stieres wo die Stier befindet sich in deinem Horoskop das hat natürlich auch ein Hinweis dass das Geld auch durch Ehe kommt oder durch Partner kommt aber dieses Talent hast du auf jeden Fall Im Haus die Finanzen liegt dein karmischen Lernaufgabe und es ist die Saturn Position hier das heißt Saturn liegt bei dir in diesem Lebensbereich Finanzen und hier erteilt dir Saturn eine Lernaufgabe und die Lernaufgabe ist erinnere dich von früheren Leben und das kannst du intuitiv weil dein Intuition dein Intuition erinnert dich im früheren Leben und dein größter Begabung dein größter Talent liegt dass du die Finanzen Gewinn magst oder dass du ein Gefühl hast zu Finanzen dann könntest du sagen warum passiert immer dieser Verlust und Verlust und Verlust und Reparatur und hier Rechnung und dort Rechnung weil hier hast du die Lernaufgabe deine Talente zu erkennen und daran glauben und das befestigen und dann mit Finanzen beschäftigen weil das ist dein Weg eigentlich vielleicht deswegen wurde von Schicksal immer wieder und immer wieder und immer wieder gezeigt dass du in diese Richtung schaust du arbeitest im Gesundheitsbereich natürlich mit Jungfrau mit Jungfrau Mond hast du das Gefühl dazu macht dir das auch Freude bist du auch sicherlich sehr gut aber dein wahre Talent liegt daran dass du mit Finanzen durch Investitionen durch Immobilien Kauf Verkauf also in diesem Bereich dich entfaltest das wäre eine komplett neue Richtung Aber auf jeden Fall hast du gutes Gefühl zu finanzen nicht nur das sondern gute Energie deinen Finanzen zu verbessern dieser Saturn im Finanzen wird bestrahlt von einem Stern und dieser Stern heißt Agena und diese Agena heißt übersetzt ein Zeiger und wo zeigt diese Agena diese Agena zeigt auf dem Kreuz des Südens also Saturn ist der große Lehrmeister steht in deinen Finanzen genau dort in diesem Punkt wo deinen alten karmischen Erfahrungen gemacht hast und dieser Punkt wird von Agena bestrahlt und Agena heißt ein Zeiger und zeigt natürlich mit zwei anderen Sternen in Verbindung wie ein Zeiger zeigt in eine Richtung und das ist das Kreuz des Südens und mit diesem Kreuz des Südens öffnet sich diese geheime Tor zu deinen Finanzen und dieser Kreuz des Südens hier befindet sich die Südpol also zum Orientieren orientiere dich in die Richtung wo du mit Finanzen dich beschäftigst und nicht nur das sondern dieser Kreuz des Südens hat nochmal eine Bedeutung das ist Religion oder Spiritualität also Themen religiöse Themen oder spirituelle Themen das kann auch deine Richtung sein diese Agena wird auch als Hadar bezeichnet das ist die andere Name dafür und es kommt von arabischen und die arabischen Name Hadar bedeutet übersetzt auf dem Boden also bring dein Talent auf dem Boden das heißt du hast gutes Gefühl für Finanzen und deine Aufgabe ist Richtung Stier im Besitz zu nehmen hol das wieder zurück nimm das im Besitz und befestige das das ist Realität das ist Realität dass du gutes Geld machst und diese Agena die arabische Name Hadar bedeutet auf dem Boden bringt es auf dem Boden Nicht nur Agena bestrahlt diesen Punkt sondern auch Bungula Bungula ist ein zweiter Stern wo zu diesem Zeiger gehört die beiden beziehungsweise sind drei Sterne miteinander verbunden die diese Zeiger bilden und zeigen sich am Kreuz des Südens und zwei von diesen Sternen bestrahlt dir die absteigenden Mondknoten den karmischen Knoten die Vergangenheit und auch Saturn und Bungula ist die eine und Agena ist die andere sie stehen miteinander in Verbindung und es ist dieser Zeiger in diese Richtung jetzt die natürlich ist für dich auch sehr wichtig Stier warum ist es so wichtig für dich das Stier im Finanzen das ist eine Wandlung in deinen Finanzen und es zeigt sich Richtung Stier was für dich ein Neuland ist weil hier befindet sich dein aufsteigender Mondknoten es gibt zwei Mondknoten die eine ist die absteigende Mondknoten und das zeigt die alten karmischen Erfahrungen das Gesamte und das hast du erlebt im Skorpion im Finanzbereich und du hast diese Talent die Geld transformieren das heißt das Geld im Fluss zu bringen da bist du Meister und hier hast du eine Lernaufgabe dieser Talent jetzt so verwirklichen im Realität dass du das befestigst und das ist Stier und mit Stier fangst an mit Geld zum Arbeiten mit Geld zum Handeln könnte auch Immobilien Bereich Immobilien oder Innenarchitektur auch bedeuten und dieser Stier zeigt die Richtung an geh in diese Richtung weil das was dir fehlt und so bist du vollständig das können wir so vorstellen dass wir haben alle Tierkreis zeichnen in uns die eine ist mal stärker ausgeprägt andere ist vielleicht schwacher weniger ausgeprägt aber ein Tierkreis zeichnen fehlt uns und das lernen wir das wird dann für uns bekannt oder wir lernen wir das und dieser fehlende Tierkreis zeichnen ist wichtig für uns weil das befreit uns und dadurch werden wir vollständig dann schließt sich die Kreis und bei dir bedeutet das Tier im Finanzbereich die Finanzen so transformieren dass du diese Stiereigenschaften kommst und die Tierkreis zeichnen Stier hat einen Bezug zu Finanzen weil Stier symbolisiert das Geld Stier symbolisiert die Finanzen und dann hast du ein gemütliches ruhiges Leben mit guten Finanzen und so transformierst das alles bis es dir gelingt dieses sicheres Boden unter deinen Füßen ein Zuhause haben Sicherheit Stabilität gute Finanzen ein gemütliches Leben und das ist die karmische Richtung oder das ist die Aufgabe dann ist es auch wichtig dass Uranus wird ab 15 Mai in Tierkreiszeichnen bewegen in Tierkreiszeichnen Stier bewegen das heißt gerade in dieser Zeitpunkt beginnt jetzt mit diesem Zeitpunkt natürlich wird einigen Jahren in Tierkreiszeichnen Stier sein in diesen Jahren ändert sich dein Finanzen das beginnt jetzt im 15 Mai damit startest du die Finanzen zu verbessern natürlich im Grenzbereich zum Partnerschaft also wirkt auch in Partnerschaft diese zwei Themen kommen jetzt Partnerschaft und die Finanzen bis Jahresende wird mal kurz rückläufig das kann sein dass dich ein bisschen zurück werft in alte Muster aber dann geht wieder voran und so kommt dein Finanzen im Fluss und dann befestigst du das da hast was im Hand und übe das jetzt ich kann das nur empfehlen die Zahlungen nicht über Kreditkarte oder über Computer sondern fühle das Geld nimm das in Hand und so spürst die Energie des Geldes das ist still das hast was im Hand und sollst du das auch fühlen es ist für dich dann auch die Befreiung weil diese finanzielle Freiheit weil ich bin sicher denn Finanzen verbessern sie du hast auch das gute Gefühl dazu du hast es noch nicht entdeckt in dir und wenn du das bewusst wahrnimmst dann kommt das alles im Fluss also ich kann ich dir versprechen dass du sehr viel Gewinn machst und gute finanzielle Lage erzeugen kannst wenn du auf deinen Gefühlen achtest und das ist für dich die Befreiung auch gleichzeitig das heißt die Stier dieser gute finanzielle Lage und eine stabile Beziehung weil es im Grenzbereich ist Partnerschaft und die Finanzen beiden vielleicht sogar ein Teil kommt von dem Partner und das ist deine Befreiung und da bist du unabhängig finanziell unabhängig und da fühlst du dich auch frei und kannst atmen und wirklich bewegen im Leben hier bei aufsteigenden Mondknoten im Stier weil das zeigt die Richtung an das fehlt dir geh in diesem Weg das brauchst du doch das befreit dich dann fühlst du dich auch vollständig das ist Stier und die Finanzen dieser Punkt dieser aufsteigende Mondknoten wird bestrahlt von Alkohol keine Angst von diesem Alkohol das wurde im Mittelalter negativ beschrieben weil im Mittelalter gerade wo die Hexenverjagungen waren wurde gesagt das ist der Dämon aber wir gehen in Zeit zurück wir haben das die Ägypter gesehen die Ägypter haben ganz andere Bezug dazu gehabt und zwar ich kann das so erklären Alkohol ist ein Dreifachstern es sind drei Sterne miteinander verbunden und die wechseln sich die Farbe das ist blau bis zum rötlichen Farbe und es ist ein ständiger Wechsel von Farben und diese Farben auch das Licht ändert sich bei diesem Sternalgol ändert sich ständig das Licht und ändert sich die Farbe und das haben sie schon die Antiken in alter Zeit haben das schon auch wahrgenommen und bewundert und bei den Ägypten war diesem Sternalgol verehrt weil sie haben etwas entdeckt bei diesem Alkohol so wie das ändert sich die Farben so ändert sich die Energie des Tages das heißt es gibt es Tage wo weniger Glück da war und es gab es Tage wo viel Glück da war also mal schlechte Tage mal gute Tage mal schlechte Tage mal gute Tage und das haben die Ägypter entdeckt das hängt mit dem Farbwechsel von diesem Dreistamm Alkohol und es könnten sie so gut gebrauchen das für die war ein Kalender jetzt kein Bauernkalender für die Wirtschaft sondern das war für vor so prophetisch gemeint die könnten ein Kalender herstellen durch die Lichtwechsel oder die Schwäche oder Stärke des Lichtes diese ständige Veränderung des Alkohols die könnten ihren Kalender damit bestimmen das war eine Art wie Orakel oder wie Prophezeiung dann haben sie gewusst die und die Tag wird nicht so gut sein da in dem Tag haben wir Glück und das ganz alleine von der Beobachtung des Starnalkohols ja was hat mit deinen Finanzen das zu tun also erstes mal nicht diese Rede was im Mittelalter eingeführt wurde Alkohol ist so böse oder die Dämon vergiss es sondern versuche jetzt meine ich nicht damit dass du diesen Starn beobachten sollst und aufschreibe oh welchen Tag habe ich Glück in Finanzen oder welchen Tag habe ich Pech in Finanzen sondern achte auf deinen Gefühlen du spürst es wann die richtige Augenblick ist vertraue mal in diesem Hinsicht diesem Stern weil dieser Stern bestrahlt deinen karmischen Knoten in Finanzen und richte jetzt nicht auf diesem Stern welche Farbe dieser Stern hat ich weiß nicht wie die Ägypter das beschrieben haben ich kann nur erzählen das diente als Orakel und es war gute Tage schlechte Tage und damit möchte ich sagen wenn du das diese Erinnerungen das sind karmische Erinnerungen das ist dein Gefühl das ist dein Intuition das heißt dein Intuition sagt welcher Tag ist günstig investieren oder welcher Tag ist weniger gut etwas zum Kaufen hör auf dein Bockgefühl und dann bekommst wirklich dieses Gefühl zum Geldfluss und vertraue das jetzt gehen wir zurück auf Saturn Saturn ist der Planet der Schicksal der Planet der Karma und auch die große Lehrmeister und das steht bei dir in Finanzen im Skorpion du hast einen Einfluss gehabt ein Saturn Wiederkehr im Zeitraum von 22. Januar 2014 2014 bis 11. Februar 2014 da war ein Saturn Wiederkehr die bewegende Saturn hat genau die Punkte erreicht wo dein Geburts Saturn stand das könnte etwas bedeuten für deine Finanzen weil das aktiviert in finanzieller Lage überlege was war in dieser Zeit von 22. Januar 2014 bis 11. Februar 2014 dann gehen wir weiter es ist zwar nicht mehr die Finanzbereich jetzt verlassen wir die Finanzbereich sondern jetzt geht um Verwandtschaft Nachbarschaft Schulungen gehören auch dieser Bereich Saturn wirkte wieder auf dein Horoskop welche Veränderungen oder was hast du erlebt das waren auch wichtige Ereignisse in dein Leben und die Zeitraum ist von 31. Januar 2016 bis 12. Februar 2016 plötzliche Umbrüche Veränderungen passierten in dein Leben Dann nächster Zeitpunkt ist auch sehr wichtig hier geht es um dein selbst eventuell zu deinem Vater weil hier ist die Sonne und Merkur wie ich schon sagte entweder geht es um eine Schulung oder um Vaterthemen oder wieder die Sprachen dass du eine Prüfung hast oder Kommunikation oder du verschluckst die Sprache kann auch bedeuten das habe ich erklärt das war wieder ein Einfluss von Saturn von 7. Januar 2017 bis 5. Februar 2017 wieder überlegen was war da was hast du erlebt warum betone ich Saturn weil Saturn ist der Planet der Schicksal das kannst du so vorstellen wir haben eine Seele und diese Seele ist unsterblich und wenn wir sterben verlässt die Seele die Körper und die Materie auch die Körper bleibt hier auf die Erde und die Seele macht diese Seelenreise kehrt zurück im Himmel ich würde sagen wir kehren zurück zum Gott und die Seele schaut mit Gott zusammen das ganze Leben nochmal an das spielt sich ab wie ein Film wir haben diesen Rückblick wir lassen uns Revue passieren Gott straft uns nicht aber fragt nach diesem Film na und warst du zufrieden mit deinem Leben und die Seele antwortet entweder ja ich war zufrieden also das war ein glückliches Leben ich habe eine Aufgabe gehabt ich habe wirklich geliebt gefühlt und ich habe meine Berufung gelebt habe ich viel Gutes auch getan das war ein schönes erfülltes Leben und jetzt endlich kann ich mich aufatmen es geht mir so wunderbar dann hat die Seele sich befreit wenn dann gut fragt na und wie war es dein Leben und die Seele sagt jetzt würde ich das anderes machen also am liebsten würde ich zurückkehren das zu verbessern dann dann wir die antwort naja gut dann geh zurück und verbessere etwas und so kehrt die Seele zurück auf die Erde und sucht die optimale Entfaltungsmöglichkeit die Familie das Herkunftsland die Zeit auch welcher Zeitpunkt geboren soll es sind keine Zufälle die Seele weiß das alles die Seele kennt diese Weisheit und das ist unserem inneren Stimme die Seele spricht mit uns das ist unsere Intuition und diese Seelenreise oder dieses Schicksal was die Seele ausgesucht hat dieser Schicksalsweg genau das ist im Geburtshoroskop beschrieben das ist das optimale Lebensweg und das hilft uns führt dazu die Seele zu befreien glücklich zu sein selbst zu sein frei zu sein glücklich zu sein aber die Frage ist gehen wir wirklich in diesem Weg nein wir gehen nicht wir machen immer wieder Umwege manchmal sind wir sogar in einer Sarkasse wo wir das Gefühl haben es gibt gar keinen Ausweg dann kommt eine Krankheit dann signalisiert etwas hör mal zu da stimmt was nicht das sind die Krankheits Symptome oder kommt ein Saturn Einfluss und lenkt uns zurück zum richtigen Weg deswegen ist Saturn die Schicksals Planet und der Planet der Karma der korrigiert uns deswegen habe ich das betont überlegen was hast du erlebt hast du eine Lernaufgabe gehabt hast du ein Zeichnen bekommen dass du etwas ändern sollst in dein Leben zurück in diesem goldenen Weg also mach da bitte Gedanken jetzt schauen wir noch etwas an ich glaube da habe ich etwas vergessen zum sagen also zurück noch zu deinem Mond Position wie ich schon sagte dein Mond befindet sich im Jungfrau dein Sonne im Schütze kurz vor Halbmond also es handelt sich um Stunden vor Halbmond und es ist eine gewisse Spannung ihr habt euer Geld warum Jungfrau schütze Erde und Feuerelement aber dein Mond zum Glück ist im Grenzbereich zwischen Jungfrau und Löwe und wenn du immer wieder mal einen Schritt zurück nimmst und lebst mehr die Löwen dann kommst zu deinem Sonne im Einklang weil Löwe und Schütze die sind in vollkommen Harmonie weil beide gehören zu Feuerelement und so bist im Gleichgewicht du kannst mit Wasserelement auch ausgleichen weil das ist die fehlende Energie Element und so hast du im Inneren Harmonie wenn du etwas übertreibst oder das Gefühl hast das ist etwas übertrieben so wie zum Beispiel bei Geld wenn du neigst dazu zu viel Geld auszugeben und kannst dich nicht bremsen weil Jupiter übertreibt gerne mal etwas also die Neigung ist vielleicht da dass du mal mehr kaufst als du brauchst natürlich hilft dann die Jungfrau weil die Jungfrau sagt dann sei vernünftig und diese Vernunft und diese kluge Entscheidungen zur Jungfrau kannst dann nützen das heißt nütze beide Seite auch die Löwe auch die Jungfrau wenn es darum geht dass du ein Vorstellungsgespräch hast oder wenn es darum geht dass Freundschaften pflegst oder Kontakt zu deinem Herzes Mann hast dann lebt die Löwe stellt dich im Mittelpunkt glänzt all das was du kannst und bekommst auch die Bewunderung dann lebst du dein Selbst lebst du die Löwe und hier in diesem Bereich befindet sich ein königlicher Stern Regulus das Herz des Löwe entspricht dein Herz dann bist mit Herz und Seele dabei und genießt diese Kontakte wenn aber darum geht dass du einkaufen gehst einmal siehst hier etwas und dort etwas und die Schütze neigt dazu schnell zu handeln und vielleicht mal auch etwas übertreiben dann nützt die Jungfrau Eigenschaften und sagst jetzt bin ich Jungfrau jetzt stopp ich treffe klare kluge Entscheidungen und ich mache das bescheidend ich trenne jetzt Spreu von Weizen und ich überlege ganz genau und ich nehme Zeit dafür das überlegen was brauche ich und was brauche ich nicht dabei hilft dein Jungfrau Mond und das ist dieser Grenzbereich also du kannst beide nützen weil du gehörst zum Grenzgänger also dein Gefühl entspricht auch die Löwe aber auch die Jungfrau da war auch etwas genau was ich erwähnen wollte aber wir kommen drauf also das ist gut dann weiß ich habe was vergessen aber wir sprechen jetzt sowieso um diese geheime Tore dann kommen wir zu diesem Thema und genau damit fange ich an es gibt im Horoskop zwölf Lebensbereiche also zwölf geheime Toren und wie öffnen wir diese Lebensbereiche nicht immer haben wir einen Einfluss von dem Stern es gibt Toren wo keine Energie fließt das lassen wir einfach so stehen also die zweite Haus das ist die Finanzen also das geheime Tor zu deinen Finanzen kannst du öffnen mit Kreuz des Südens das habe ich erklärt hier befindet sich die Südpol also du brauchst immer die Orientierung wenn das um Geld geht und wo kommt das Geld her wenn du vertraust deinem Talent dass du das im Fluss bringen kannst da kommen die karmischen Erinnerungen und dieser Kreuz des Süden zeigt dir Themen wie Spiritualität oder religiöse Themen oder die Richtung Süden hast du dann auch Glück im Finanzen Nächster Bereich das sind die Schulungen Ausbildungen Seminare aber auch die Nachbarschaft die vertraute Umgebung auch die Verwandtschaft die Kommunikation mit deinen Verwandten auch dieser Tor diese geheime Tor wird auch bestrahlt von Rastaban und Rastaban ist ein Stern im Schlange und zeigt Richtung Herkules Herkules ist ein Held und hat zehn Aufgaben gehabt was alles natürlich gut erledigen könnte aber das ist gar nicht Herkules hier wichtig sondern der Schlange dazu erzähle ich eine Geschichte der Schlangenträger der Schlangenträger ist nichts anderes als Asclepius der himmlischen Arzt und dieser himmlischen Arzt musste ein Königs Sohn ein Kind retten dieser Kind ist in einen Honigtopf gefallen dann kamen zwei Schlangen die eine Schlange trägte die Heilkräuter in sich der andere Schlange die Gift und Asclepius musste eine wichtige Entscheidung treffen wie heilt er das Kind nimmt die Heilkräuter oder nimmt das Gift zum Glück hat Asclepius die richtige Entscheidung getroffen und hat das Kind geheilt mit dem Heilkräuter ist auch ein Symbol für Apotheken und so wurde dieses Kind im Leben erhalten genau und diese Geschichte hat eine symbolische Bedeutung wir treffen wichtige Entscheidungen wen glauben wir zu die eine Schlange wo die Heilkräuter in sich trägt das sind Menschen die uns unterstützen und helfen oder glauben wir die Schlange wo das Gift hat natürlich sind das Lügen wen glauben wir wer sagt hier die Wahrheit und hier treffen wir wichtige Entscheidungen eine Lüge kommt immer Honig süß verpackt das ist dieser Honig Topf und wenn wir die Lügen glauben dann sind wir auf diesen Honigt Topf reingefallen dann sind wir ein Kind und brauchen wir Heilung also es ist viel besser wenn wir vorher Entscheidungen treffen und genau in diesem Tor solltest überlegen wen kannst du vertrauen welche Richtung kannst du vertrauen dich zum schützen vor Enttäuschungen und es betrifft die Menschen in dein vertraute Umgebung Nachbarschaft oder Verwandtschaft oder Menschen in Schulungen Seminaren aber weil das die Schulungen auch hierher gehört auch überlegen welche Schulung ist für dich die richtige Also hier die Entscheidungen zum Treffen Im Horoskop gibt es einen tiefen Punkt die tiefste Punkt im Horoskop und natürlich gibt es einen Punkt ganz oben die höchste Punkt des Horoskop Ich vergleiche ein Horoskop immer mit einem Baum Dieser tiefe Punkt im Horoskop ist die Wurzel des Baumes Hier fühlen wir uns verankert verwurzelt Das ist die Herkunft Das ist die Elternhaus Da gehören wir hin Da fühlen wir uns sicher und auch unserem Zuhause Das Baum Die Krone des Baumes ist das höchste was man erreichen kann Da dehnen wir aus Aber jetzt sind wir im Wurzel Wo bist verwurzelt Hier liegt die Steinbock Das ist auch Deine Kindheit Natürlich vermittelt das auch eine gewisse Härte Steinbock ist nicht immer das einfachste Lebensweg und das hast in Deine Kindheit erlebt Aber das bedeutet auch Deine Traditionen und das ist etwas Konservatives Das heißt Du pflegst die alten Traditionen und du bist stolz auf deine Herkunft und das sollst du auch pflegen weil da fühlst du dich verwurzelt und die Steinbock ist wie ein Stück Heilerde eigentlich weil das erinnert im goldenen Zeitalter und hier fühlst du dich verwurzelt und dieser Punkt im Horoskop wird bestrahlt von Deneb Deneb befindet sich im Sternbild Schwan und eine Geschichte erzählt davon etwas Es gab einmal ein Hirtenjunge hieß Altair und im Himmel gab es ein Fee und dieser Fee heißt Vega und dieser Fee verliebte sich an diesem Hirtenjunge und kam auf die Erde und sie haben verheiratet waren sie glücklich und dieser Fee wurde Weberin bis dann die Himmelskaiser der Sonne und die Himmelskaiserin den Mond so beschreibt es die chinesische Mythologie bis die beiden entdeckt haben dass diese Fee auf dem Erde bei die Menschen sind dann fragte der Himmelskaiser die Himmelskaiser oh diese Fee ist unter dem Menschen ach sollen wir nicht vielleicht zurückholen wieder im Himmel und die Himmelskaiserin sagte ja doch wir sollen sie schon zurückholen sie gehört im Himmel und so passierte dann dass der Himmelskaiser und die Himmelskaiserin Vega zurückgeholt haben im Himmel und die beiden waren getrennt tatsächlich zwischen den beiden Sternen fließt die Milchstraße und diese zwei Sternen Altair und Vega die liegen gegenüber und trennt die Milchstraße und in die Mitte ist diese Deneb im Sternbild Schwanen dann dieser Deneb schaut er mal zu ich kann das gar nicht zusehen dass die beiden Liebenden immer über diesen Fluss schauen aber können sich nichts treffen ach ich baue eine Brücke aus Schwanen befindet sich auch im Sternbild Schwanen natürlich war die Brücke aus Schwanen und Deneb baute eine Brücke aus Schwanen zwischen den beiden Liebenden und in dieser Brücke treffen sie sich immer einmal im Jahr am siebten Tag im siebten Mond Monat und das ist die Tag der Liebe in China aber auch in Japan das ist die mythologische Geschichte dazu diese Brücke zu bauen und diese Deneb ich baue eine Brücke bestrahlt dein Wurzel das heißt wenn dich das Leben entwurzelt weil du verlässt deine Heimat oder verlässt die Stadt wo du aufgewachsen bist und lebst eine andere Stadt wie jetzt gerade wo du das Gefühl hast du erträgst es nicht mehr das heißt du fühlst dich entwurzelt du hast aber eine starke Bedürfnis weil hier findest die Sicherheit und Stabilität dann baue eine Brücke und such einen anderen Ort wo du das Gefühl hast da bin ich jetzt verankert und dieser hilft hilft dir dabei diese Brücke zu bauen und so bist dann verwurzelt und noch was ganz wichtiges weil das ist bei dir die aktuelle thema kommt auch nicht umsonst weil im Tier kreizeichnen Stier bewegt sich gerade Lilith diese Lilith Energie was ich schon erwähnt habe dieser Punkt im Mond Umlauf Bahn wo bei unseren Gefühlen aktiviert und das sind die Gefühle die Sehnsüchte die Wünsche die Träume aber auch die Neigung davonlaufen ich kann das nicht das wird gerade zur Zeit in Deine Wohnsituation weil Lilith bewegt sich gerade in diesem Bereich Deine Herkunft Deine Wohnsituation Das heißt die Sehnsucht ist da Wohnlicht zu verändern das ist die Lichtenergie Wünsche Träume Sehnsüchte Visionen und dann davonlaufen und das erklären warum das nicht klappt und die Erklärung ist es klappt nicht weil ich habe kein Geld das ist dann die Erklärung trotzdem versuche es visualisieren dass das irgendwie klappt doch und hier hast du auch eine Lernaufgabe daran zu vertrauen weil hier befindet sich zur Zeit oder bewegt sich zur Zeit Saturn dieser Schicksalsplanet ist gerade rückläufig das heißt es werft ein bisschen zurück die wohnliche Veränderung aber bedeutet auch Erinnerungen Kindheitserinnerungen dieser Rückläufigkeit das heißt du spürst zur Zeit sehr stark diese Kindheitserinnerungen und du hast momentan das Gefühl du bist entwurzelt und das macht dich traurig dann kommen die Sehnsüchte nach wohnlicher Veränderung das ist die Lilith Energie dazu und dann davonlaufen also ich kann momentan nicht du fühlst dich unbeweglich weil du hast Angst das nicht zu bewältigen zu können oder weil finanziell das nicht klappt wenn man das realistisch betrachtet tatsächlich hast du recht du kannst es finanziell nicht verwirklichen das ist Realität trotzdem versucht es visualisieren und glaube an diesem Bild es irgendwie doch eine eine Möglichkeit gibt dass du wohnlich verändern kannst und orientiere dich nach Süden dann gehen wir weiter in diesem Toren die nächste Bereich wo auch ein Tor bestrahlt wird das ist dein Alltag das ist dein Arbeit und das ist dein Alltag das ist der Arbeitsplatz wo du bist deinen Pflichten wie du den ganzen Alltag bewältigst und auch dein Gesundheitszustand und Gesundheitszustand und Arbeit das hängt auch zusammen natürlich wenn man krank ist kann man nicht arbeiten und wenn man arbeitet muss gesund sein also in dem Sinne hängt das auch ein bisschen zusammen also hier geht zum Themen die Arbeit Gesundheit und wie bewältigst du den Alltag und dieser Tor wird bestrahlt von Markab Markab befindet sich im Stammbild Pegasus und bedeutet übersetzt oder befindet sich im Flügel dieser Pegasus ist ein geflügelten Pferd und dieser Markab ist die Flügel du brauchst Flügel Leitigkeit beflügelt zu sein oder dich inspirieren lassen so dass deinen Alltag auch bewältigen kannst vielleicht auch etwas ändern beruflich was kann dich dabei hindern da erzähle ich wieder eine Geschichte weil diese Geschichten haben symbolische Bedeutung es gab einmal eine Königin Name Cassiopeia und sie prallte überall ihre Tochter Andromeda sei die schönste schöner sogar als die Meeresjungfrauen die Meeresjungfrauen haben dann beschwert bei Poseidon bei Gott des Meeres Poseidon wurde zornig und schickte die Wallfisch in diesem Königreich die prallenden Königin zu bestrafen die Wallfisch dachte warum sollte ich das machen was Poseidon sagt ich habe doch meine eigene Idee ich nehme einfach die Königstochter Andromeda und ich fessele im Felsen kann nichts passieren und so machte auch den Wallfisch nahm die Königstochter Andromeda und fesselte und fesselte Felsen Andromeda hat Angst gehabt in die Nähe war Medusa die Furchterregende und hat noch mehr Angst gehabt bis dann Perseus kam mit sein Schwert und schneidete den Fessel und befreite Andromeda die beiden haben sich verliebt Andromeda und Perseus ja und dann kam dieser geflügelten Pferd Pegasus der könnte zwar auch geritten werden aber dieser Pegasus hat geflogen natürlich bis siebter Himmel in diesem Verliebtheit und das ist diese Leitigkeit beflügelt zu sein und dieser Markup ist dieser Flügel und das brauchst du dein Alltag zu bewältigen auch zu deiner Gesundheit diese Leitigkeit befreien von Angst von Zweifel und mit einem Schwert so wie Perseus das getan hat ich könnte auch Erzengel Michael auch sagen mit seinem Licht Schwert befreit auch von Angst jetzt gehen wir der Tor der liebe Partnerschaft welche Geschichte öffnet den Tor zur Partnerschaft Andromeda genau die gefesselte Königstochter dann könntest du sagen du bist diese Andromeda die gefesselte Königstochter also befreie dich von Ängsten und weil das der Tor zur Liebe ist du kannst vertrauen des Perseus kam und befreit dich vertraue an die Liebe die höchste Punkt des Horoskopes was du überhaupt erreichen kannst wird von Kastor bestrahlt Kastor ist im Zwillingen die höchste Punkt in dein Horoskop ist zwar Krebs das heißt hör auf deine Gefühle immer was du erreichen möchtest und Krebs natürlich ist das Familie ich würde mal so beschreiben die höchste ist für die eigenen Familie zu haben und Kinder haben und dieser höchste Punkt ist zwar Krebs aber bestrahlt Kastor die Zwillinge warum ist es so weil die Tierkreis Seiten sind unterschiedlich groß und sie verschmelzen sie sich miteinander also kann passieren dass ein Stamm von Zwilling gerade in diesem Bereich Krebs bestrahlt die Zwillinge auch eine Geschichte es gab einmal eine Königin Name Leda wunderschöne Frau und Zeus der Himmels Gott liebte schöne Frauen und wollte Leda verführen ja und verwandelte sich an ein Schwan damit Leda des Zules des Zeus kommt dann stand als Himmels Gott plötzlich vor ihm und verführte Leda und Leda wurde schwanger das Problem war aber dass Leda verheiratet war mit dem König von Sparta dann dann kam ihr Ehemann abends nach Hause und Leda wurde von ihm auch schwanger und so gebar Leda die Zwillinge Polux und Kastor die eine war menschlich der Sohn von dem spartanischen König das war Kastor und der andere Zwillings war Polux der Sohn von Zeus natürlich göttliche Abstammung und es wurde damals so beschrieben dass die Menschen sterblich sind und die Götter sind unsterblich also Kastor war sterblich Polux war unsterblich und die beiden Zwillinge liebten sie sie sind auch miteinander verbunden und Polux merkte dass Kastor sterb war sehr traurig darüber und ging zu seinem Vater Zeus und sagte ich Zwillingsbruder nicht alleine lassen dann lieber sterbe ich mit und das hat so berührt Zeus sein Herz und sagte weißt ihr was ich setze euch beide im Himmel und mache ich euch unsterblich und so sind die beiden Zwillingen im Himmel gesetzt und symbolisieren die Tierkeit seinen Zwilling Gastor und Polux und das hat auch eine symbolische Bedeutung unserem Höheren Selbst auch dieses Bewusstsein dass wir ein Teil sind von dem göttlichen Schöpfung und dass die Verbindung immer da ist auch wenn wir sterblich sind und dass dieses Bewusstsein hilft dir immer höher steigen und du erlebst dich dann in Familie im Familienleben und das zeigt auch die Richtung dass du Familien gründen werdest und dass du diese Gastor bekommst als Kind die geheimnisvolle Haus die verborgenen Dinge wird auch bestrahlt von Kopula das ist ein Nebel aber nicht nur Nebel ein Nebel ist immer undurchschaubar das heißt alles was so geheimnisvoll ist für dich erstmal ganz undurchschaubar erscheint aber das zeigt auch eine Richtung weil diese Nebel befindet sich im Standbild Jagdhunde das sind die Hunde von Orion und diese Jagdhunde zeigen in eine Richtung den Nordpol also wieder die Richtung zu bestimmen und hier wird dir die Nordpol gezeigt das heißt nicht dass die jetzt auf einmal nach Norden ziehen sollst sondern dass du orientieren sollst im Leben und auch wenn das alles benebelt ist und undurchschaubar ist du brauchst die Zielsetzung und eine Richtung zu bestimmen jetzt schauen wir noch paar Planeten an welche Einfluss hast von Sternen dein Venus dein liebes Planet im Wassermann sorry dein Venus ist im Wassermann und dein Mars ist aber auch im Wassermann und das ist für dich jetzt gerade sehr wichtig weil zur Zeit bewegt sich die absteigende Mondknoten im Wassermann und das sind alten karmischen Erinnerungen und das erlebst du in dein Liebesleben weil Mars und Venus beide Liebesplaneten befindet sich bei dir im Wassermann also aktiviert etwas karmisch und das wird dazu führen dass du karmische Begegnung hast bei den Sternen bei den Planeten bei den Planeten auch Mars und auch Venus wird mit vielen Glückssternen bestrahlt genau in diesem Bereich wo diese Liebesplaneten bei dir im Wassermann sind in diesem Bereich sind ganz ganz viele Glückssternen also du hast Glück in die Liebe deine Wohnsituation wird sich ändern weil Saturn wird schicksalhafte Veränderungen bringen und bewegt sich im Steinbock zur Zeit und das beschreibt deine Wohnsituation und in diesem Energie bist du in diesem Saturn Einfluss bist du ab 18. März 2019 bis 19. Mai 2022 da wird vieles vieles bei dir passieren im wohnlichen Bereich ein neues Zuhause Familien gründen dann auch mit den Eltern Hause oder Bezug zu deinen Eltern ändert sich einiges Mariela Mariela ich habe noch dein Jahreshoroskop auch angeschaut und ein Jahreshoroskop ist nicht von Januar bis Dezember allerhöchstens wer jemand im Januar geboren ist aber ein Jahreshoroskop bedeutet wenn die Sonne genau exakt in diesem Punkt erreicht hat wie in dein Geburtsmoment stand in Tierkreis Zeichnen Schütze wo du dein ersten Atemzug geholt hast genau exakt diese Position erreicht mit diesem Moment mit diesem Moment beginnt dein neues Lebensjahr das heißt bei dir hat Dezember Dezember 2017 das begonnen und natürlich jetzt 2018 bis Dezember man könnte grob sagen vom Geburtstag bis zum nächsten Geburtstag aber ganz korrekt ist es nicht weil wir müssen die Sonnenposition bestimmen dein Thema ist Gleichgewicht Gerechtigkeit Liebe Partnerschaft Harmonie in dein Leben zu bringen das ist jetzt dieses Jahr die Hauptthema dein Finanzen wird dann verändern und hast Glück zu diesem Verändern das sehe ich klar und deutlich und in die Liebe Partnerschaft kommt Veränderung das heißt Neuigkeiten neue Begegnung oder Versöhnung mit dein Ex und deine Wohnsituation ändert sich das heißt genau die drei Themen was du beschrieben hast Finanzen Wohnsituation und Liebe Partnerschaft du hast eher Finanzen und die Wohnsituation betont aber die Liebe ist für dich auch wichtig genau diese drei Situationen werden verändern zwar im Positiven das heißt verbessert sich die Finanzen kommt eine wohnliche Veränderung und wird Veränderungen da sein auch in die Liebe Partnerschaft und hast wirklich Glück weil das sind schöne Einflüsse von Sternen was noch wichtig ist zum Erwähnen ganz ganz wichtig Sonne und Merkur das habe ich beschrieben das Merkur ist versteckt hinter dem Sonne und mit welchem Stern wird deine Sonne bestrahlt das ist dein Selbst auch dein Herz aber auch ein Symbol zu deinem Vater das ist Akuleus und Akumen Akuleus und Akumen bestrahlen deine Sonne im Schütze diese Akuleus und Akumen sind Nebel die liegen so gegenüber und in die Mitte ist die Zentrum von unserem Galaxie der Milchstraße wieder ein Hinweis für dich auch wenn in dein Leben alles benebelt ist und schaubar du verlierst die Orientierung genau in diesem Moment brauchst Ziele und diese Ziele nicht aus dem Auge verlieren weil dann fangst an zu sehen und dann sei ziel bewusst und denke das ist die Zentrum mein Leben so wie die Sternen zeigen das ist die Zentrum unserem Galaxie die Milchstraße weil die Schütze zeigt in dieser Richtung die Pfeil der Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße und da und da die Bereich befindet sich dein Sonne und im Zentrum unserer Galaxie die Milchstraße sind links rechts oder Umgebung diese Nebel Akuleus und Akumen und in Mitte ist dieses Zentrum und das ist ein Hinweis Ziele setzen nicht aus die Auge verlieren und auch wenn dein Leben so erscheint jetzt bricht alles zusammen genau in diesen Momenten brauchst du das Licht das Sehen Orientierung also in eine Richtung orientieren und das sollst du als Ziel setzen und die Richtung schauen wo du gehen möchtest Mariella das war diese Beratungsvideo diese Horoskop Analyse ich bedanke nochmal dein Anvertrauen ich bedanke mich auch für das Zuschauen mein Name ist Dendera Susanna Medici